Was machst du da? Beschleunigungs geht auch. Drück mal auf den Kopf. Drin nochmal. Da muss überhaupt kein Beschleunigungs geht, oder? Doch, muss ich. Ah doch, da muss man sich endlos beschleunigen, ne? Genau, ja. So, dann kannst du nämlich das da... Ja, warte, 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 ich hier muss aber auch. Moment. Oh Gott. Aber du musst meine Kontale setzen, ne? Ja, warte, ja, ja, ich mach, warte. Ich muss erst mal das Landnehmungskill auf diese Ladersichtung. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. 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 Ich muss dagegen gehen. Haha! Oh Gott, ich hab das falsche gesetzt. Ich hab das falsche gesetzt. Ne, ne. Das waren ja beides meine, jetzt scheint egal welche zu setzen. Okay, auf die Plätze... Oh, nee, falsch, warte, erstmal. Kann das sein. Ich laufe bitte in die andere Richtung, so geht das nicht, du musst in die andere Richtung laufen, ja. Scheiße. Hä? Was machst du da für eine Scheiße? Oh Gott, was ist das denn? Ah, genau richtig. Was? Genau richtig, Alter. Musst du auf die andere Seite, gleich machen, hier da. Da muss ich auch, ne, da muss ich da auch sehen, äh, beschleunigen. Segal, wo ich beschleunige. Ne, oder du, ne, du kannst auch dahin gehen, du kannst auch dahin gehen, du kannst auch dahin gehen. Und da musst du, durch das musst du durchlaufen, dann nachher. Also da musst du hinlaufen. Okay. Du musst du von da, was genau... Ups. Ganz tolles Timing, lieber. Fast geschafft. Enttäuscht mich nicht. So, nochmal das Ganze. Zu spät. Wird zu früh. Aber egal. Hä? Ey, was soll der Scheiße? Du kannst gar nicht total mehr hier hinsetzen. Ne, warte. Geht's. Also jetzt geht's auf jeden Fall wieder. Hä? Ah, ne, von hier aus kann ich besser. Jawoll. Du musst dich schon drauflegen. Ist schon der Würfel da. Ah, der Würfel ist da. Ah, okay. Ich bin gut. Angesichts eures Tempos bei diesem Test glaube ich allmählich, ihr teilt meine Hingabe für die Rettung gefangener, weinender, verletzter, sterbender Menschen nicht. Wenn euch das nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht. Ja. Das dem was unglaublich freundlich ist. Das dem was unglaublich freundlich ist. Nie. Wirklich. Wirklich meine Mutter. Ich spreche die Beine. Oh nein, nicht das. Nein. Oh nein. Weiß noch. Warte. Oh, scheiße. Oh fuck, ja. Oh fuck, wie ging das? Ach du scheiße. Auf jeden Fall musste man einmal, bei einem musste man... Wie war das noch gleich? Man musste auf jeden Fall einmal, musste man zwischen den beiden hin und her sozusagen. Ne, muss man nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ne, warte auf jeden Fall da und... Beschleunigen. So, hier muss man beschleunigen. Aber wie? Wenn es beschleunigen muss gehen, muss man von hier aus nach oben schießen. So. Oh, na tatsächlich. So, dankeschön. So, und dann... Mach nochmal, mach nochmal. Rücken wir mal auf den Knopf. Hab ich. So, und hier fällt nämlich ein Würfel runter oder sowas, ne? Ich mach mal kurz, wenn man hinfliegt, ne? Da unten ist der Würfel hingefallen. Ah, genau, genau. Oh, haha. Ach so, ja, ja, aber ich muss... Du musst das gleich nochmal machen. Oh, man. Weil ich muss dir nämlich den Würfel entgegen fallen lassen. Wenn der Würfel nicht besteht, befreien wir die Menschen nie. Geh nochmal auf die Beschleunigungsbahn. Ja, warte. Guck mal, siehst du da, wo ich das Portal hingesetzt hab da unten? Oh, wow, ja, ja, ja. Der Würfel wird da durchfallen. Und dann da rauskommen und die entgegenfliegen. Da musst du den fangen. Und dann muss ich das Portal so, dann muss ich das Dunkelblau so umsetzen, dass du wieder hier bei mir rauskommst. Okay, komm hier aus. Auf die Plätze. Fertig. Los. Entschuldigung. 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 Okay, ich hab den Dread beim ersten Mal gefangen. Aber? Aber ich bin neben das Ding geflucht. Scheiße, also nochmal. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Ne, das geht nicht. Doch, doch, doch. Ich muss das Dunkelblau umsetzen. Das hat doch funktioniert oder nicht? Wollt ihr mich testen? Ja, du musst das Dunkelblau sofort umsetzen. Ja. Also, soweit der Würfel durch ist. Okay. Okay, lasst du los? Fertig. Los. Oh. Oh. Ah, nein, du kommst da wieder raus. Scheiße. Du musst das Dunkelblau nochmal umsetzen. Ah, nein, du kommst da wieder raus. Du musst das Dunkelblau nochmal umsetzen. Dann musst du das Dunkelblau nochmal umsetzen. Ah, ich kann ja hier einsetzen. Ne, schon gut. Nochmal. Ah, ja, genau. Das mein ich eigentlich auch. So, okay. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh. Ist der Kaufe? Das stimmt so. Der Würfel ist gar nicht runtergefallen irgendwie. Versuch's nochmal. Achso, ich hab das Portal. Ah, ich hab vor 6 in die Portale hier. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Noch nicht so früh. Ah, warte. Jetzt, jetzt einfach, guck mal. Philipp. Jetzt einfach das Hellblaue hier hinsetzen. Ja. Gut, ein bisschen Laserstrahl. Wo ist der Laserstrahl? Da. Kacke, wie machen wir das nochmal? Ah, jetzt musst du beschleunigen und dann musst du da hoch springen. Ah, genau. Jetzt musst du mit dem Würfel zusammen beschleunigen. Weißt du noch? Dann lass ich dich quasi da in das Blaue rein. Du musst da rein, ne? Naja, warte. Also zuerst musst du mit dem Würfel zusammen da rein. Ah, da muss ich den Roboter wegschießen, ne? Ja, genau. Ja, okay. Und dann lass ich das Dunkelblaue quasi gleich dann da drauf, damit du hin und her fliegst. Okay, äh, ich muss da beschleunigen und dann... Ah, okay, ja, alles klar. Alles klar. Äh, nee. Wieso? Voll kompliziert. So. Okay. Ich bin bereit. Ja, mach. Nein. Ah, ich weiß. Ne, Philipp. Setz mal zurück. Danke. Okay. Ah, man muss das vorher machen. Man muss das gleich... Man muss das direkt machen. Gut, okay. Dann fliegt man ja durch dieses... Gitter durch, ja. Bestimmt ja. Aber macht Sinn alles. Okay, jetzt. Wir wissen nur wieder, wie sie es jetzt... Okay. Bist bereit? Ja. Weißt du auch, was machen muss? Ja, weiß ich. Ja, du musst auch noch ansagen, jetzt fliegt so all den Würfel. Nein, ich bin mit dem Würfel. Aber, hä? Ich hab gar nicht gedrückt. Hä? Ich hab gar nicht gedrückt. Aber mir ist nur Plattin geflogen. Ich hab gefangen. Hä? Ich hab gar nicht gedrückt. Okay, egal. Nochmal. So. Okay, setz noch mal an. Auf die Plätze. Fertig. Los. Äh, ja. Voll schwer jetzt. Wie ist das? Ja. Das sind alle. Wie kommen wir jetzt darüber? Ah, jetzt musst du das andere? Ne, wir brauchen wir jetzt nicht mehr, oder? Oder brauchen wir den noch? Weiß ich nicht. Ne, wir wollen wir mal mit. Nee, das gleich muss ich noch mal machen, dann muss ich mich da ausschließen. Ach so, na gut, okay, nochmal. Ah nee, das geht jetzt nicht mehr, egal. Auch die Plätze. Warum? Hätte ich los. Der Würfel ist sowieso verloren. Wir brauchen aber auch keinen Würfel. Okay, jetzt muss ich das für dich machen. Ach, geht ja einfach so. Ich geh' von da durch. Na gut, okay. Noch zwei Tests bis wir bei den Menschen sind. Seid ihr auch schon so aufgeregt? Noch zwei Tests bis zu den Menschen. Nur noch zwei Tests? Ja, zwei Tests bis diese Nummer hier fertig ist, bis die Nummer fünf fertig ist. Glaube ich, oder? Wie viele Nummern gehst du überhaupt? Fünf, oder sechs? Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir das Beispiel im Test, den ich vorhin gesagt hab, da wo die sind. Wir hatten noch nicht gemacht. Nee? Nee, der war noch nicht. Nee, der war noch nicht. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch die Tests abieren. Ich will auch nicht hundert Prozent und sich auf der Multiplayer. Doch wieder einmal nicht. Ja, glaub ich. Doch, ja, ja. Der war im Nut, Player, wie ich meine. Was war das jetzt noch mal ein Test? Oh nee, der muss man hier durchlaufen. Der muss man beschleunigen, der muss man da durchlaufen. Und wo sich die Dinge runterklappen. Ähm, ja genau. Da nämlich... Wenn du nämlich auf den Knopf drückst, wird da die Zeitschaltung aktiviert. Oder? Was? Oh, nee. Da fällt einfach ein Würfel runter. Habe jetzt auch noch ein Knopf. Äh, ja. Da, genau, das ist der Knopf, den ich meinte. Genau. Da musst du nämlich da rüber laufen, dann musst du den Würfel auffangen und wird zurücklaufen. Genau. Da. Ah, genau. Warum machst du das so? Äh. Ach, um mir unendlich jung zu holen, ne? Ja. Ja, stimmt. So. Oh. Jetzt muss ich die Zeitschaltung aktivieren und äh... Das ist Portalumsetz. Ja, das geht aber nicht gleichzeitig. Ja, aber so stellen wir wirklich miteinander. Hä? Ja. Ja. Er wird ja nicht. Nee, geht er nicht. Ach, das muss ich umsetzen. Voll. Das ist ja jetzt immer noch zu spät. Ich muss halt das Portal umsetzen und... Ah, am besten glaube ich anders. Nee, das ist schon richtig. Nee, ist schon richtig so. Also, das ist jetzt voll die... Timing-Frage. Mhm. Ja, geschafft. Genau, ich finde es gut. Ja. Das war schon wieder. Oh, Mann. Hä? Das war doch nicht so einfach zum letzten Mal. Die meisten sind gute Testsubjekte. Warum hängst du an der Luft? Ich glaube, auf eine Million gute Testsubjekte kommen etwa... Ein äh... Fehler im Spiel. Bei mir, ja, ja. Tja, das war jetzt wirklich nicht schwer. Ja, noch einen Test, bis wir zu den Menschen kommen. Das heißt, gleich ist das jetzt dieser Test mit den kaputten, äh... Dingern da. Wenn der überhaupt in Multiplay ist. Mal schauen. Müsst aber eigentlich... Die Menschenkammer liegt gleich hinter der Öffnung. Die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingegeben habe. Ihr müsst nun also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten. Woah. Schon da kaputt. Achso. Achso. Wie schlecht von mir. Ja, durchaus. Enttäuscht mich nicht. Findet die Tür zur Kammer. Ich gehe doch auf den Knopf.